Einer noch. Ja pass auf, ich kümmere mich da drum. Da unten drin sind die. Genau da. Wo ist der? Sind der Gegner? Warte, warte, ich. Nein. Kommt runter. Eine ist schön. Oh, einer war hinter mir. Ich mach Hilfe. Ich hab den mit den Dings geholt. Mit der Sense. Schieß den runter. Schöner Schuss, Alter. Richtig schöner Schuss, Leon. Ja, der wird das schaffen. Nein, wird der nicht. Doch, schafft der. Der ist tot. Alter, GG, da kriegst du nen Clip für, Alter. Oh nein. Wer, was ist das für ne Waffe? Was ist das für ne Minigun? Alles brennt, alles brennt. Das war ich. Auto, Auto, ich hab dich. Ich hab dich gefangen. Oh, ja. Wenn ich du wär. Warum immer ich? Ja, weil du der einzige in meiner Nähe bist. Wenn ich du wär, würde ich mich hier an die Tankstelle stellen und mal gucken, wie lange du auf das Teil da einkloppen kannst. Ich bin nach zwei Schlägen tot, weil das Ding explodiert. Wann? Keine Ahnung, wissen wir ja nicht jetzt. Wir müssen es rausfinden. Warte? Ja, klar. Lukas, wenn ich du wäre, würdest du das holen und mir wieder bringen. Ich wusste das. Das ist das. Manchmal hab ich das Gefühl, meine Mitspieler sind kleine Kinder. Ich brauch's süßigkeiten. Wann ich süßigkeiten rein, weil ich gar nicht essen kann. Äh. Da man. Bamm. Wuhu. Ich glaub das, völlig klar. Ich glaub das ist das. Alter, du kannst doch noch mal da reingehen, bei mir war das voll verpackt, als du da gerade drin warst, alter. Ist gut, dass es Metall ist, ne? Joa! Joa, ich kann grad nicht. Wo bist du grad? Nein, 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 nein! Was denn, soll ich den anderen lassen? Ups, tschuldigung. Ups, tschuldigung. Naja... Das hat geklappt, Alter. Das war cool. Du musst selbst einen Kill machen, auf jeden Fall. Da vorne ist der... Nicht killen, nicht stealen, bitte. Ich muss den Kill selbst machen. Hey Leon, wenn Christ wieder einen Kill klaut. Ich steh für dich, Mann. Danke, danke, Mann. Ich gebrauch den. Trotzdem bist du ein Opfer. Ja, wir haben... wir haben gleich... Und nie damit... Oh, das sah so cool aus, Junge. Ey, Junge. Andere. Alle. Ja. Äh... Andere geht grad hier hinten hoch. Ich hab den mal niedergeschickt, würd ich sagen, ne? Bitteschön. Warte, ich töte mal hier den anderen. Rucksack-Bonus, ist richtig aktiv. Ich hab mehrere gekillt. Warum mehr? Der gibt ihm halt auch richtig viel Bargeld für diese scheiß Importfahrzeuge, ne? Ja. Du hörst, dass da pro Import knapp 250 Euro kostet. Und Monta hat einfach... Ja, und den verkauft er die Ingame für 40 Millionen und ist halt im Endeffekt stinkreich an auf dem Server, ne? Ja. Das stimmt schon. Ja, aber ganz ehrlich, wenn ich für ein Fake-Fahrzeug 250 Euro krieg, ja, würd ich auch verkaufen. Hm. Hä? Du sagst damit, dass kleine Glitzerkarten und leuchtende Autos im Videospiel nicht mehrere 100 Euro wert sind? Okay. Ja. 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 Ja.